DSD sein Midnight Figure Feature Herzlich Willkommen, DSD sein Midnight Figure Feature Heute wieder DSD und Spielen Looping Shui Und zwar heute mit den Erzeugern Also nicht die Erzeuger von dem Spiel, sondern die Erzeuger vom DSD Die seht ihr aber gleich nicht, weil die haben ein bisschen YouTube Angst Ja, auch nicht so richtig, aber wir filmen das gleich von oben und dann seht ihr mal wie ich heute vielleicht endlich mal gewinne So, in diesem Sinne Freuen weiter I love toys Toys, toys, toys Toys, toys Toys, toys I love toys Okay Ja Ja Da war er schon. Das war geil, oder? Na ja, er spielt mit sich alleine. Hallo. Das ist ja blöd. Boah, nein. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Oh, guck mal, der hat noch gar keinen. Ja, kriegt er gar keinen. Also jetzt kriegt er einen. Komm, Gibi. Oh, shit, ey. Hau ihn. Guck mal, der geht gar nicht bei ihm runter. Ja, der kommt gut. Boah, der ist ja viel zu langer. Ja, so kann man ihn auch machen, weißt du? Ach so, das ist richtig. Danke. So, habt ihr euch gestärkt? Wie beim Kopf, minus eins. Nächste Runde. Wer hat denn jetzt überhaupt gewonnen? Ich. Der hat's auch noch weiter. Wieso, ich doch auch. Ich hab doch noch nicht alle weggehabt. Ich ginge alter. Na, hat ich gewonnen. Ja, dann. Jetzt ist es keiner. Ich bin mit meinen 43. Okay. So. Können wir. Scheiße. Ja, jetzt auch wieder. Boah, irgendwie wird ganz schwindelig. Boah. 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 Ange... 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 Ich bin alleine. Boah. Schon wieder getracht. Boah. Ja. Boah. 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 Ja, der ist schon fertig. Ja, hallo. Oh! Ja, nicht da. Nicht da. Nicht da hochhalten. Das kannst du doch nicht. Ach ja. Den hast du dir selber weggehauen. Danke. Warte, warte. Erste weg. Ich hab wieder gewonnen. Hör doch auf. Du hast hier hinten doppelt reingemacht. Das ist doch gar nicht schwer. 2.04. Alter, hier. Oh, warte. Das muss gerade hier. Ja, toll. Jawoll. Das ist doch gar nicht richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt's doch nicht cool da, weißt du? Guck mal, der geht gar nicht mehr. Der geht jetzt noch auf. Ach nein. Das ist der Erste, den ich jetzt wegkomme. Das ist der Erste, den ich jetzt wegkomme. Weißt du? Du bist ganz alleine. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich müssen wir aufschreiben, wer am meisten verloren hat. Ich hab jetzt verloren. Du hast einmal verloren und zwei. Du hast auch eine. Ja klar, du warst ja Erste. Das wird wieder nichts hier mit der Zählerei. Doch, doch. So, jetzt geht das jetzt. Guck mal, guck, guck. Guck mal, guck mal. Guck mal, mit Kopfhussmatik. Der gibt mich so eine Art des Wuhnen, ey. Guck mal, jetzt. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein. Oh, der hat doch von alleine wickelt. Inuna, die gibt hier wirklich die Zunde. Ja, komm her. Oh, guck mal, der klemmt. Der hat ja was eingesteckt. Der hat ja gar nichts rein. Doch. Hat er da schon irgendwas? Ja, hat er doch wieder was. Was denn? Doch, er hat ihn. Was denn? Wir können das auch verschärfen. Wir können die auch hochkant drehen. Boah, was denn? Ah ja, jetzt, aber pass auf. Jetzt zieh ich euch ab hier. Ja, ne? Ja. Oh, der ist schon wieder so weit nach rechts. Mein, der rutscht gleich von alleine nach raus. Ja, so. Oh, saurei. Guck mal, das wär's aber jetzt hier. Hey, du. Was kannst du denn übernehmen? Ja, ich muss ja noch rum, ne. Guck mal, ich hab wieder die Lohne. Au, au, au. Ach, 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 der verschiebt sich immer. I love toys. Peace. Ja, toll. Ja, so geht's auch, ne? Oh, da hat ja keiner gesagt, es geht. Nee, ich spiel das jetzt zum zehnten Mal. Und, äh, ja, tolle Wurst. Ich hab ja gesagt, ich spiel das nie wieder. Nie mehr. Ich würde mal den da angucken. Ja. Boah. 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 Mein Kind, 4-0 für Papa. Ja, ja, ganz toll. Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Das ist mir neu. Was denn das? Wie lange. Ist das kein Fische? Ja. Ja, der, die, der, der die, und derocurz einippt. Guck mal, was Försten machten. Darf ich denn auch noch mitspielen, oder? Oh, nur ein. Oh, was hat denn? Der geht gar nicht gut da bei ihm da. Weil der das immer hoch hält. Doch gar nicht. Richtig, gib ihm. Gib ihm, gib ihm. Gib's ihm. Dann schufst du aber raus. Oh, was war das? Ich bin jetzt dran mit der Pisserei. Der Pflichter bist. Boah, oh. Das ist gefährlich. Guck mal, der hat sich selber wieder einweg. Scheint, dass man ein bisschen fessig. Zwei hat er weg. Kommt. Mach ich gar nicht, du siehst das. Du hast ihn selber weggehauen gerade. Du hast so fessig aufgehauen. Du schiebst das ganze Ding ja auch hier. Ja. Ich hab wieder weg. Sehr gut. Also, 5-0. Ja, natürlich. Ich schwöre. Toys, Toys, Toys. Ja, super. Guck mal. Ja, dann kann ich doch nicht so wieder einmal ranficken. Ja, dann krieg ich doch mal an, um so ein bisschen zu. Ja, wir haben schon eine Brille auf und sie ist. Das ist doch der richtige, weißt du? Ja, alle, kommst du nicht. Ach, guck mal, der war immer zu früh. Ja. Ja, da komm ich doch nicht ran. Ja. Ja, hast du. Das ist doch so was von Puppen für. So was von Puppen für. Bullshit. Anscheinend nicht. Das erste Mal hab ich jetzt nach 17 Runden auch mal verloren. Das ist mir neu. Ich halte das ehrlich gesagt für ausgemachten Humbug. Humbug! 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 Ja, vorhin hat er sich wieder so breit gemacht, weißt du? Einer Zufall. Ja, ist klar. Hat sich von der Leitlin gedreht, ne? Boah, ich lohne mich nicht an den Schrank. Ich bin gleich hierher. Ja. Die hat doch wieder an den Schrank. So, jetzt ist er rein. Gott, verdreh dich! Das ist der beste Bullfair. Das kann man auch, oder? Ja. Oh, ein Zufall. Oh, jetzt wird's aber hier spannend. Ja, ne? Oh, wie spannend. Komm, hau ihn weg an. Hau ihn weg. Gib ihm. Jetzt kommt er. Oh, Mann. Warte, jetzt bist du dran. Oh, ja, toll. I love toys. Oh, wie sehr gerne. Soll mal werden, oder? Boah, nein, nein. Guck mal, nein, nein. Ja, ja, klar. Jetzt. Oh, da, nein. Oh, da, nein. Oh, da, nein. Oh, da treten wir rasch rum. Guck mal, gell. Ui, ui, ui. Oh, der kotzt gleich da drin. Oh, ja. Genau so wollte ich ihn haben. Mann. Ja, gut, er war wieder so. Ganz ruhig, der lehne. Hup, der lehne, mach rot hier. Ja, wenn er so eine... Oh, ha, 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 drücker. Mach ich dir mal so vorsichtig hier. Der eiert fast wie mein Mieße. Ich lass ihn jetzt immer ein Stückchen rum und dann so an der Ecke so. Ja, toll. Oh, oh. Spreng. Oh, den war auch schön. Der war aber ganz gut. Der war schön. Oh lai lai. Ja. Wir sind so feste, der haut der dritte. Ja. Ich weiß. Lang. Oh, oh jetzt sind wir mal hier. Die verstehe hier. Und die ist doch schnell gekommen. Nein, scheiße. Aha, Mann, ey. Alter. Boah, die reißer Katze, Digga, fährt. Guck, da kommst du dran. Ist ja gut, tu das auf. Ne, das ist kein schönes Spiel, das ist ganz faune Sache. Ich sag doch, ich spiel das nie wieder, ich spiel das nie wieder. Na gut, du kannst es ja. Oh, die Katze. Oh, und dann war's wieder so. Na ja, ich überrasche, Robert. Ein bisschen auf. Ohlala. 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 Ich will nach Hause. Ich kann ein bisschen drehen. Nach Hause will ich. Ohlala. Ja, wir haben alle drei. Das erste Mal, dass ich alle drei hatte. Ja, sie haben richtig gehört. I love toys. Nicht jeder. Ohlala. Ohlala. Ohlala, guck da, wir werden. Ey, das ist ganz schlecht mit Robert. Andere Taktik, komm auf. Dann so. Na, siehst Du, da war wieder. Ohlala. Ohlala, der will den Haken mitnehmen. Ohlala. Ohlala, ohlala. Ja, sehr gut. Ohlala, das habe ich ja schon fangen. Fünfmal gewesen. Du wehst. Du wehst. Du wehst aus. Nicht zu husten. Ich hatte husten. Abstand bitte. Guck mal, der macht das ganz alleine. Guck mal. Hush! Hush! Husha! 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 Ich will auch mitspielen, hallo! Husha! Huuu! Huuu! Mein Gott! Huuu! Oh, der scheiße! Der war auch scheiße! Husha! Husha! Ihr seid jetzt dran! Husha! Oh! Hat keiner darüber! Das macht ja nichts! Der hat er sich so erschrocken! Oh! Ach, Oben! Ich sag' ja! Ja! Nächster! Oh, ihr müsst hier nicht schütteln! Ach! Husha! Husha! Gippie! Husha! Husha! Du hab' ich denn zwei raus! Ja! Ja! Weil du nicht aufpasst! Ja! Jetzt kommt der dritte! Husha! 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 Der macht einfach so! Hab' ich doch gesagt, er kommt! Boah! Revanche jetzt! So! Danke! Lohna, warte mal Schreibmaschine. Einfach Bomben. Pass mal auf da. Hör auf zum Pusten. Erzählt nicht. Wiederholung. Er hat das Pusten. Das war einfach gepennt. Ich darf nicht pusten. Schade, das ist so nice. Simon, die Lohna hat das im Gart. Ach, hör auf das Können. Können ist das. Können. Ich kann. Jetzt wird er untergehen. Guck mal, wir beide. So, ich sehe es. Oh, der schlägt. Das muss ich schon sehen. Warte, warte, warte. Ich hab' keine Chance gekriegt. Nein, natürlich nicht. Ich muss das hier mal mit dir, das muss hier so verlängert werden. Das war jetzt unfair. Das war voll unfair, ich weiß. Das hat nichts mehr mit Spielen zu tun. Nein, natürlich nicht. Einfach mit Unfairheit. Ich kann nicht verlieren. Mama, helf mir. Und so was. Oh, meine Nerven. Ich halte nicht mehr aus. Meine Nerven. Das sieht man nicht. Hey. Guck mal. Was hat er für Eier gemacht? Ja, was denn? Bis Ostern. Ja. Ja, das kommt davon. Weil er das so will. Der will uns fertig machen. Ja, ja. Aber das ist ja auch nicht schwer. Das ist ja auch einfach mit euch. Ganz einfach. Nicht, ja. Nicht, ja. Nicht, ja. Nicht, ja. Wieder das Gleiche. Ja, genau. Die blöckigen Sonderpunkte. Ja. Oh. 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 Ja. Ich möchte jetzt mit Ansage anfangen. Ja, dann mach mal. Ich zieh euch beiden so ab, dass ihr Pickel am Auge habt. So. Mal gespannt. Na, wo der Erste. Oh. Er hat ihn schon angetippt. Oh. 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 Wenn ihr nicht Unfair spielt, habt ihr gar keine Chance. Ich spiele immer mehr. Ich spiele immer mehr. Du, du hältst doch fest. Wir spielen hier. Ja, weil ihr da so draufkloppt. Wir. Klar, die das wissen. Guck mal, ich tipp das doch nur an. Ja. Eben. Das ist ja. Das war mir unfair. Und noch mal. Weißt du, von der Seite ran, scheinbar drüber. Nein, das habe ich nicht aufgepasst. Was ist das? Mach den kleinen Finger da weg. Trinkst du keinen Kaffee? Ja, hallo. Der hält nämlich immer das Raumschiff. Oh, scheiße. Ich wollte drei haben. Ja. Aber, was macht die Karis noch vor dem Rennen? Oh, der ist wieder schlecht. Oh, der ist wieder schlecht. Oh, der war immer noch. Oh, ich kack meinen Apfel. Was ist denn das? Das ist doch unfair. Das war's. So, das war's. Tschüss. Danke. Tschüss. Haben wir mal wieder gezeigt, wo es lang geht hier. Ja. I love toys. 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 I love toys.